Das war ein guter Spruch. Ja, den ausgestaltet und er mich getötet. Alles klar? In dem Moment, wo er den Hammer oben hatte, ist klar. Alles klar. Okay. Oh, mit Glück. Glück und ohne Verstand. Hast du gesehen, wo er wieder durch den Blockbuck da? Hm. Er schiebt einen Schluckhüttenarsch da rein. Auf der. Ich glaub, das war wieder Containing. Ja, der hier ist das Quid. Auf dem Spiel. Ich hab wieder so'n Spaß grad. Auf wie? Ja. Ich weiß, wie ich das meint. Wir hätten ja schon fertig sein können, aber nein, du kommst doch nicht mein zweites Level. Fertig. Wir hätten schon längst fertig sein können. Ey, ich hab springen hier zu weit. Das ist so geil, wie du springst. Ja, 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 ja. Also wenn er das Tränkstück noch rutscht, dann könnte er springen. Ist okay. Ich versteh deine Aufregung, aber du bist leider nicht gesprungen. Du bist einfach nicht gesprungen. Er wollte nicht springen. Warum bist du da nicht rüber gesprungen? Nein. Alter, das ist so ne Verarsche, ne? Weißt du, du kriegst so ein einfaches Level, ne? Du kommst nicht mehr Level 2 und ich krieg so'n Scheiß. Einfach gelevelt sind bei mir trotzdem zu schwer, weißt du doch. Ja. Ich merk's. Guck mal, ich hab Fliegel Koopas und hab Scheiß Kanonen. Oh, nicht. Und ich will das Leben haben. Ich hol's mir nächste Runde. Oh. Mann. Ach ja. Du hast doch nicht mal welche Fliegeldinge. Du hast hier paar Löcher im Boden, die du überlaufen kannst. Du hast paar Röhren. Und du ein bisschen gechillt warten kannst. Halt im Mund. Du hast alles gechillt hier. Du gehst immer noch die Röhre rein, die bringt dir nichts. Was? Die Röhre. So, weiterkommen. Weiterkommen. Weiterkommen, okay. Warte, das guck ich ihm jetzt genau an. Das Weiterkommen. Ja, weiterkommen ist eben die ganze Zeit wieder. Genau. Das sagen sie alle. Halt im Maul. warte erst wenn sie in der röhre ist und schnappt sie gleich noch zu das ist nicht dein ernst oder ja es ist ja von der schluckröte davor schon aber der ist nicht hochgefunden kann das ohne stern es ist voll madness mario alter madness monday centus gefährden die röhre rein holt sich nur die unteren warum man hier nicht rein du möchtest nur stellter vorankommen geht einfach mal unten lang vielleicht sicher sagte ich ja unten ist sicher ich auch continue nein ich will das leben haben warum könnte nicht in schritt schneller latschen also wieder um den kopf hüpfen kann nein die pimmel müssen ja wieder hier ich kann warten das frustrate mario auch ja ich spiel lieber zehn mal das erste level als einmal das fünfte ich würde sogar an fair mario spielen eher das erste level und versuchen durchzukommen geh unten lang vertrau mir das ist nicht böse da das bestimmt ein geheimnis sonst wäre die schildkröte doch nicht eingesperrt die ist vielleicht eine tippitanische uraltschildkröte das war das jetzt ich komme eh wieder ja oder ja er cheatet erst mal hier das ist nicht ja 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 genau genau ja genau das leben vergessen der knopf war eben echt eingedrückt und deswegen konnte ich nicht mehr springen weil nicht wird sie drücken ich kann das nur mit stern ja er 5.000 Und krieg's dann gleich wieder game over? Ja klar. Ich glaub das Feuer wegkommt, ob du ne bestimmten Punktezahl wärst. Weiß ich gar nicht, oder ab ne bestimmten Zeit, ja? Kann auch sein. Hä? Ab einer bestimmten Zeit. Hä? Hä? Wie bitte? Äh? Du schaffst das eh nicht. Der hilft dir die Röhre auch nicht. Mach als Baul. Komm's nicht weiter. Sag dich. Bereits. Wie bereits erwähnt, hatte ich diese Aussage und Prognose schon gefasst. Laber, 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 laber. Ey, der wollte Bergsteiger spielen, ganz ehrlich. Dass der da nicht an den Schnee gegriffen hat, ne? Ja. Super greifen können. Immer diese Ausreden. Hätte doch nur den Schnee greifen können. Ja. Wo du reingepinkelt hast, ne? Ja. Weil gelber Schnee ist nie gesund. Und auch kein Wassereis. Und auch kein Zitroneeis. Das könnte Pipi enthalten sein. Könnte. Und Centos. Ja, du wirst noch abstürzen, denn die Schildkröte wird dich fressen, denn sie mag dich. Halt einfach mal bitte an. Schwing doch bitte nicht da rein. Schwing doch bitte in das Loch. Dann lass dich fressen. Ja, wir haben Überstunde. Bring doch noch eine Röhre weiter. Das stürzt doch bitte ab. Hey. Das ist ein Leben. Nein, er hat's geschafft. Moment. Moment. Ja, oh ne, er hat's noch nicht geschafft. Schade. Er hat's noch nicht geschafft. Ich glaube, du hast aber ein Save. Hä? Nein, das schaffst du nicht. Fuck. Meinst du, dass das ein Save war? Jetzt hoffen für dich. Das war gekonnt. Peter, weil wir sterben müssen. Ich will nicht. Ganz ehrlich, warum ist der eigentlich hier? Können wir nicht ein bisschen sozial reden? Guck mal, du wirfst mit Haman, ich hab Pilze. Wollen wir nicht tauschen? Ich weiß gar nicht, wann man springen soll. Der wirft hier voll Unterschiede. Jetzt hilft er noch einen, 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 jetzt hilft er... Noch einen. Der lässt sich noch nicht mal mit sich reden, der Arsch. Aber es war kein Save. Nein. Ich glaube, hier gibt's kein Save. Ich glaube, hier gibt's kein Save. Egal, du hast ein neues Ziel, du warst schon mal weiter. Ja. Das erste und das letzte Mal. Meinst du? Ja klar. Ich mobb mich nicht. Ne, ich mobb dich schon nicht. Ich fischmobb dich höchstens. Du musst super schnell rennen, links und rechts, dann kommt ein Geheimnis, okay? Deine Oma. Und mit der Schülkrötenkuschel. Das ist der Trick an diesem Spiel. Immer mit Schülkrötenkuschel. Jaja. Da unten muss doch was sein. Ja, da ist was... Ja, da nicht. Konvertsozial reden hier. Man weiß wirklich nicht, wann man springen soll. Ja, ich spring jetzt einfach. Ausdruckweise. Ich nehme jetzt mal die nächste Röhre, die kommt. Ich nehme jetzt die. Die ist ja direkt am Kopf geklatscht. Ja. Du verkackten Pinz, ey. Hör auf. Kanone. Ich seh jetzt nur weiter weg. Ja, ich glaub da war ne Pflanze grad. Nee. Deine Piranhapflanze. Aber das gibt Rache, du stürzt ab. Was sein. Ich glaub da kann ich das nicht mehr sagen. Nööö. Hab nur gesagt, ich glaub das war ne Pflanze. Ja. Er auch. Wie geht denn beißen wird. Schön, wenn er popple ist. Aaaah. Schnippschnap. nicht ist kein für Lümmel ab ja 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 kommt nicht abholen das liegt doch nicht doch bei mir gerade schon also nicht irgendwas muss hier los sein sag ich doch woooow er hat es weiter geschafft und nicht viel weiter das ist ein Geheimnis drinnen wenn du die in ein Teer tickern lässt irgendwann kommt eine Explosion im Berg Alter das fragt wieder meine Zeit nein boah ich hätte gedacht wenn du da jetzt reingefallen wärst das ist das Ende das ist das Ende Alter wie gemein wie gemein wie gemein wie gemein das Ende geschafft ja du hast es nicht du hast es nicht geschafft boah ey fick dich boah jetzt ein Leben noch alter fick dich eiskalt outplayed ja hast du diese Skills gesehen von mir welche die man nie sehen wird mehr das war das das ist so ein Moment wo man eigentlich aufnimmt ist ah tu mir gerade nein hehehe ne aaaaaaa pfff wie viel Leben hast denn hier nur noch eins Oh! 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 AHHHHH! Leben! Ich glaub wenn wir so weiter machen, jetzt hab wir das Spiel nie. Hä? Das sollten wir auch nicht schaffen. Wir wollen das so in die Länge ziehen. Wir tun einfach nur so, dass wir so schlecht sind. Wir wollen das so in die Länge ziehen. Ich schaff das auch ohne. Extra Leben für mich. Und ein Tod. Aber schön Content strecken, ne? Klar. Zack, outplayed mit von der Schildkröte. Gehen unten lang hier. Zack, 400 Punkte kassiert. Zwei Leben plus. Oh, das ging jetzt schnell. Topnotch. Ja, 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 ja. Das ging jetzt schnell. Man muss gleich ne bestimmte Zeit schaffen. Oder doch. Toll. Schau, ob das jetzt auch so schnell. Das war ein paar Du magst Pizza so wie ich Jeder mag Pizza von uns außer du Geh doch jetzt mal unten ins Geheimnis rein Das ist die geheimliche pitanische Schildkröte Ja, und hier auch Na wo's er, na wo's er Wo war er jetzt? Ja, Zenturus schafft das nicht Zenturus schafft das wieder nicht Erster kommt in Level 2 Wohl mit sieben Löffel Haben sie im Leben Geht davon kackt hier erstmal fünf Stück ab Hi kleiner Mann Auf in die Röhre Auf und Out Wieder gleich runter Oh, ich will nicht kuscheln Die Dinger sind auch scheiße Die drücken einen runter Oh Aaaaaaah So Ach man Das Dass der da nicht hoch kommt DÖDÖDÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ erst mal was wolltest du machen und das versuchen in seine tür einzugehen klar ich stand vorne weg oder trifft wie dieses komische tank dieser pixel stil von dem hammer soll das wieder rein du musst das spielen jetzt gehe ich nicht hier vorne in dieser kommt wieder so kackhammer geflogen bist du schock es ist einfach der ernst dafür nicht mit dem hammer an ist der bob der baumeister oder was auf der hammer meister der hammer meister arsch gesicht schlecht aber dieses zweite laufen allmählich kein bock weil er immer abstürzt hast du dich da oben da runter dann reden wir wörtchen dein bruder der ist auch scheiße hilft auch mit hammer auf plate das war gewollt das nicht das war gewollt das war so richtig gewollt von dir mann noch einmal continue mann jetzt noch einmal continue ok und dann machen wir jetzt einen aufnahmestopp war gar nicht gewollt eben bei mir ist nie was gewollt der schaffte vom brecher nicht ok du hast jetzt einmal ich habe noch drei leben ja ich hasse dich zwei der gleichen stelle ernst hast euch ja ok centus du bist offiziell schlecht du bist du christin ich stürze am schnellsten schlecht in dem wort ab kann ich nicht wieder reingehen zack hast du das gesehen top notch nee ich play jetzt diese verkackte pflanze aus weg da hier kommt der king auf den runen alles klar also der leckt das wo ich zurück gehe alles klar immer diese ausreden immer diese ausreden da da dies monotone spielen die gleichen die gleichen sachen machen außer abstürzen ist immer an jeder anderen stelle außer bei dir nein die stellen die kennen wir schon schnapp schnapp nein der hättest wieder dazwischen springen können jetzt schützt du gleich bestimmt nennen wir dann der schillkröte ab also die eingekesselt hat mit dir liebe machen wollte die wollte mit langsamen schillkröten koitussa halt die fresse jetzt kommt der stern den du wieder holst ne einen davor weißt da wollte ich auch reinspringen aber jetzt läufst du wieder ganz schnell rüber springst springst schleust springst fels daneben ein leben noch jetzt jetzt mache ich hier den jetzt ziehe ich einfach durch einfach eiskalt eiskalt mache ich das nein oh mann ok mach jetzt einmal kontinuieren mal kontinuieren beziehungsweise du machst kontinuieren und save mal kontinuieren und quit komm jetzt machst du das noch du schaffst das schon du hattest den einen noch noch was kontinuieren ne warum ich bin auch abgestützt ja aber du hattest doch noch einmal ne meins ist das letzte mal ja du hast noch nein wir machen jetzt gleich kontinuieren und quit sonst dauert das ewig lange ja du machst jetzt gleich kontinuieren und save wenn du mach das gleich mal mach das mal hier genau genau da ja richtig ja und ja und starte dich beim nächsten mal mit vollem leben gu dealers gegenseitig bumsi bumsi gemacht oh Kusch, kusch data TschüssU Jetzt mach ich kontinuieren Quid. Hier. Siehst du? Easy. Safe and Quid meinst du? Ja, Safe and Quid. Aber ist doch schön. Was würdest du sagen? Nix. Na gut Leute, dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Super Mario Allstars. Mit Flash. Mit Zentos. Tschüss.